Hinter dieser Laufwärme. Ich kenne nach Datenlaufwärme. Geht in Position. Zu der Position dort vorrücken. Wie es aussieht, bin ich in der Nähe eines Datenlaufwerks. Zu meiner Markierung vorrücken. Besatzungstruppen. Ich wusste, wir finden sie irgendwann. Ich bin rechts ran. Ausdringt in eurer Nähe. Neutralisiert. Ich werde beschossen. Noch haben wir nichts verloren. Ich muss nachladen. Gefahr, hier. Scanner zeigt ein Laufwerk an. Nicht weit von hier. Der Feind vordert Verstärkung an. Deaktiviert ihr Signal, wenn ihr könnt. Datenlaufwerk geordnet. Muss kurz nachladen. Ich habe das erste Datenlaufwerk. Ablenk steht. Brauche ich an der Hintenmarkierung. Bedrohung. 130 Grad. 110 Meter. Gleich da drüben. Los. Gefahr. Hier. Ostend. Werdet nicht gierig, aber ein paar Datenlaufwerke mehr schaden nicht. Feindliche Verstärkung unterwegs. Ihr müsstet ihr Signal sehen können. Gefahr an der Markierung. Südaufstand. 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 Noch ein Datenlaufwerk. Extraktionsmaschine nähert sich. Solltet ein paar Minuten eintreffen. Eins, der Laufwerk ist mit der Wehr. Ich habe noch ein Laufwerk geborgen. Ablenk hergestellt. Da draußen ist unser Ziel. Fahrzeug verfügbar. Fahrzeug steht bereit, wenn ihr es braucht. Kapsel ist in den Luftraum eingetreten. Sie enthält Datenlaufwerke. Schnappt sie euch, sobald sie landet. Wissen wir überhaupt, wollen wir fahren? Noch mehr Besatzungs-Truppen. Okay, ich bin okay. Das ist verrückt! Unsere Gegner vor der Verstärkung an. Ihr müsstet ihr Signal sehen können. Verhaltet die Extraktionszone im Auge. Luftfahrzeug im Anflug. Wenn ihr raus wollt, kommt in die Zone. Haltet euer Signal aktiv. Verstärkung. Rechnet nicht mit Verstärkung. Der Fein feiert Verstärkung an. Such nach dem Signal. Luftfahrzeug im Landeanflug. Wenn ihr raus wollt, kommt in die Zone. Eine weitere Kapsel voller Datenlaufwerke ist unterwegs. Markierungsgesetz! Bewegung! Extraktionsmaschine setzt zur Landung an. Verstärkungseinheiten stehen bereit. Fordert sie an, wenn die Lage sicher ist. Die Uhr tegt. Luftfahrzeug muss in Kürze abgehen. Der ganze Aufwand und nicht ein Laufwerk. Das ist wohl einer dieser Tage. Da kann man nichts machen. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben einiges vor. 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 Wir haben uns vor. Wir haben einiges 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 vor. Könnt ihr vor. Wir haben einiges 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 vor. beau BR 2018 Hey, bereit, wenn ihr es seid. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 entrez … Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Der Feinfeuer hat Verstärkung an. Such nach dem Signal. Kapsule sind in den Luftraum reingetreten. Sie enthält Datenlaufwerke. Schnappt sie euch, sobald sie landet. Zur hinteren Markierung. Gehen wir. Markierende Gegner. Null Sprüche. 110 Meter im Kampf. Versatzungsgruppen. Schnappt sie. Schnappt sie. Schnappt sie. Schnappt sie. Verhaltet die Extraktionszone im Auge. Luftfahrzeug im Abzug. Schnappt sie. Schnappt sie. Weitere Belastungsgruppe mit unmittelbarer Nähe. Es geht los. Landeabflug der Extraktionsmaschine. Eine weitere Kapsel von der Dassenlauchberg ist unterwegs. Ladewache runter! Die Ferne ist los. Die Schussmaschine ist gelandet. Ablenk in der Nähe. Die Uhr entheckt. Luftfahrzeug muss in Kürze abheben. Bitte kommen! Einsatzkommando! Seid ihr da draußen? Einsatzkommando! Musik 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 Musik